Dere! Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Hogwarts Legacy. Wir schauen uns in dieser Folge keine Quest an, wir haben da jetzt nicht direkt so weitergespielt, sondern gehen ein bisschen durch interessantes Videomaterial, das wir in den ersten 90 bis 120 Minuten circa des Spiels angesammelt haben. Hintergrund ist der, ich habe so schnell wie möglich natürlich versucht, das Floh-Netzwerk bestmöglich aufzubauen und auszubauen, sprich diese Schnellreisepunkte zu sammeln und dabei bin ich natürlich einiges bereits herumgekommen, habe einiges im Schloss gesehen und teilweise sind da so unfassbare Sachen aufgekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, da muss ein eigenes Video her, Ja, denn eben wirklich für so eine kurze Spielzeit eigentlich, die wir da gehabt haben, bisher haben wir Sachen gesehen, die völlig irre, völlig wahnsinnig, absolut kurios und auch ansonsten sehr interessant und lustig sind. Die Macher des Spiels haben sich da wirklich herausragende Dinge einfallen lassen. Es gibt sehr viele Besonderheiten, die man sonst nicht irgendwo sieht. Wir gehen hier beispielsweise in eine Toilette. Okay, ist an sich jetzt nicht sonderlich spannend, finden hier aber einen entsprechenden Spiegel, was schon immer lustig ist. Und wir sehen es jetzt im nächsten Abteil sozusagen. Wir können hier die Spülung betätigen. Voll geil. Fantastisch. Keine Ahnung warum, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch Einfluss aufs Spiel haben wird, aber ja, einfach sensationell. Oder auch hier ein ganz normaler Durchgang, mehr oder weniger ganz normal ist nicht komplett richtig, denn es stinkt und zwar richtig penetrant und nicht einmal die mächtigen Zauberer Hogwarts können diesen Gestank wegbringen. Auch ein Detail, das super spannend ist. Oder, ich hätte es fast übersehen, hier marschiert ein Schüler senkrecht an der Mauer. Also unglaublich viele Details, die das ganze Universum hier oder diese Schule an sich sehr lebendig gestalten. und man könnte wirklich irgendwo eine, zwei, drei Stunden einfach nur durch die Gegend marschieren und würde eigentlich nicht aus dem Staunen herauskommen. Wirklich also ganz interessante Dinge, die hier eingefügt wurden. lauter kleine Details, Easter Eggs, Goodies und so weiter. Was auch sehr interessant ist, hier im Astronomie-Tourm beispielsweise ein spannender Brief einer Lehrerin. Ich habe sie im Spiel selbst noch nicht getroffen, weiß aber eben, dass das eine Professorin hier sein wird. Und ja, auch hier sieht man schon ein bisschen, dass versucht wird, den Charakteren oder den Nichtspielercharakteren ein Leben zu geben, Hintergrundgeschichte zu geben. Und ich glaube auch, gerade in dem Fall ist das vielleicht auch ein bisschen eine Spitze gegen die doch recht altertümlichen Ansichten der Autorin der Harry-Potter-Bücher, könnte ich mir vorstellen. Ja, hier zum Beispiel auch ein Rätsel, auf das wir gestoßen sind. Wir haben da diese Arithmetik-Seite gefunden, dazu dieses Ding. Ich habe da noch nicht wirklich geschalten, was die hier von mir wollen, was hier los ist. Und erst im Laufe eben dieser Erkundung plötzlich dann die Erkenntnis oder verstanden, worum es geht. Wer das Rätsel jetzt nicht gelöst haben möchte, sollte schnell abschalten oder was auch immer, überspringen. Ja, man hat hier im Grunde einfach eine Rechnung. In der Mitte zum Beispiel ist die 5, 3 und 0 stehen außen rundherum, das heißt wir brauchen die 2. Somit müssen wir herausfinden, welches dieser Symbole der 2 entspricht. Und das ist in diesem Fall, ja, was auch immer, dieser Cthulhu-Typ, keine Ahnung. Und dann rollen wir hier natürlich jetzt einfach, bis wir den finden. Der war jetzt genau da, sehr schön. In dem Fall haben wir das Einhorn plus 4, plus irgendwas ist 12. Somit müssen wir herausfinden, was das Einhorn wert ist und dann noch das fehlende Symbol genau hier suchen. Das war so ein, genau dieser Zahn mit Tentakel, wie auch immer. Und sobald dann beide Rätsel gelöst sind, sozusagen, öffnet sich diese Tür und wir dürfen eintreten, finden einen Schatz, mehr oder weniger. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe in der Beschreibung, bekommen wir dann in unserem Room of Requirements die Möglichkeit, ein Bücherregal hinzustellen oder so. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, soweit bin ich auch noch nicht gekommen. Auf jeden Fall, da wir nun wissen, wie diese Rätsel gelöst werden, und da gibt es einige in ganz Hogwarts verteilt, können wir da jetzt dann auch anfangen zu looten. Ich gehe auch stark davon aus, dass es hier noch viele, viele weitere ähnliche Rätsel geben wird. Zumindest hoffe ich das. Denn auch das macht das Spiel wirklich sehr lebendig, sehr interessant. Man muss durchaus ein bisschen mitdenken. Hier sehen wir den Geist Peeves, der einen unserer Hufflepuff-Kameraden maltretiert und ihn leider nicht durchlässt. Und der Arme verliert da leider völlig die Fassung. Und ja, auch hier wieder eben ein sehr interessantes Detail. Bringt uns in der Geschichte nicht weiter, ist ganz klar. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte leveln, 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 ich brauche Fortschritt und fertig, dem wird so etwas natürlich egal sein. Wer aber wirklich eintauchen möchte in diese Welt, der wird diese Dinge auf jeden Fall zu schätzen wissen. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann mit der Story weiter. Wünsche euch alles Gute, bis bald und dere! Ich hoffe, es hat euch alles Gute.